Sehr viele Mandanten wollen auswandern und viele wollen dabei außerhalb der EU leben, möglicherweise aber nicht Europa verlassen. Hast du gewusst, dass es über 20 Länder in Europa gibt oder man sollte korrekterweise sagen, über 20 Länder und Gebiete, die möglicherweise steuerlich attraktiv sind, die nicht in der EU sind? Mit diesen Ländern und Gebieten wollen wir uns in diesem Video befassen. Zunächst noch einmal die Frage, warum will jemand außerhalb der EU leben? Nun, die Tatsache ist, viele Mandanten haben in puncto EU ein ungutes Gefühl. Die EU, so fühlen sie, wird immer übergriffiger. Wir haben ja jetzt gehört, dass das Vermögensregister kommen soll. Die Einführung einer Bargeld-Obergrenze, die Amla-Superbehörde in Frankfurt am Main, die Geldströme genau überwachen wird, inklusive Kryptotransaktionen über 1000 Euro. Hier gibt es also ein gewisses Unbehagen, was das eigene Vermögen und die eigene Freiheit anbelangt. Auf der anderen Seite lieben wir natürlich alle Europa, das europäische Lebensgefühl und wollen möglicherweise nicht nach Übersee umziehen. So schön natürlich Länder wie zum Beispiel Dubai, die Cayman Islands oder auch die Bahamas sind. Viele wollen hier bleiben. Viele haben auch Familie in Europa und wollen auch in einer Distanz von der Familie leben, die gut zu überbrücken ist und wahrscheinlich auch in der gleichen Zeitzone sich befindet. Daher also die Frage, welche Länder bieten sich dafür innerhalb von Europa an, die aber nicht in der EU sind? Zunächst müssen wir hier zwischen Ländern und Gebieten unterscheiden. Also zum Beispiel Gibraltar ist ja außerhalb der EU, ist britisches Überseegebiet, aber kein eigenes Land. Wenn wir hier in diesem Video von Ländern und Gebieten sprechen, dann meinen wir natürlich auch eben Gebiete wie zum Beispiel Gibraltar. Und von solchen Ländern und Gebieten außerhalb der EU in Europa gibt es tatsächlich 29, wobei nicht alle davon steuerfreundlich sind. Diese 29 wollen wir uns jetzt mal hier in der Übersicht anschauen. Hier haben wir also 29 Länder und Gebiete in Europa, die nicht in der Europäischen Union sind. Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien, die Faröa-Inseln, Georgien, Gibraltar, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Lichtenstein, Moldau, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordzypern, Norwegen, Russland, San Marino, Sark, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine, United Kingdom, Vatikan und Weißrussland. Bei der Liste fällt natürlich auf, dass einige Länder hier zu klassifizieren wären als sowohl europäisch als auch asiatisch, Armenien, Aserbaidschan und Türkei, Georgien sicherlich auch. Diese haben wir hier trotzdem nun in dieser Liste aufgeführt. Im nächsten Slide nun habe ich einmal hier ein paar Länder eliminiert. Tatsächlich nämlich die Länder, die jetzt steuerlich gesehen nicht sehr attraktiv sind und dann auch andere Kandidaten, die sich ja garantiert nicht zur Auswanderung eignen, wie zum Beispiel Vatikan. Wenn du jetzt überrascht bist, dass ich Russland aus der Liste genommen habe und jetzt damit kommst, dass Russland ja so günstige Einkommenssteuern hat, ja, okay, wunderbar. Ich finde toll, dass du ein Russland-Fan bist, aber natürlich für den normal denkenden Menschen ist das hier komplett undenkbar, dorthin momentan auszuwandern. Wenn man jetzt hier ein Abenteuer sucht und so, dann mag das vielleicht für einen in Frage kommen, für die meisten, aber ist dieser Gedanke völlig abwegig. Deswegen habe ich Russland hier rausgenommen. Sehen wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Vielleicht wird es irgendwann wieder auch interessant werden. Auch rausgenommen habe ich Albanien, die Faröhrinseln, Island, Norwegen, die Ukraine, den Vatikan und Weißrussland. Die meisten Länder hier sind eben entweder nicht praktikabel oder aber eben steuerlich gesehen nicht sehr attraktiv. Mir ist klar, dass zum Beispiel vielleicht zu Albanien der eine oder andere eine andere Meinung hat, aber wir sagen, so Steuern hier generell weniger als 15 Prozent ist das, was wir hier anstreben oder anderweitige Steuervorteile, die sich hier möglicherweise ergeben. So, im nächsten Schritt werde ich nun kurz durch jedes einzelne dieser Länder und Gebiete hindurchgehen und so ganz kurz mal zusammenfassen, was dazu zu sagen ist. Und wir gehen sowohl auf die einwanderungsrechtlichen Aspekte ein, ganz kurz, als auch auf die steuerlichen Vorteile, die jedes Land beziehungsweise Gebiet hier ausmachen. Da es sich, wie gesagt, um 21 Länder und Gebiete handelt, müssen wir uns hier ein bisschen beeilen. Denn ansonsten wird dieses Video hier viel zu lange werden. Wenn du also mit einem dieser Länder konkrete Erfahrungen hast und vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht hast, positive Erfahrungen gemacht hast, vielleicht auch Steuervorteile kennst, die ich jetzt hier nicht nenne, dann würde ich mich sehr über deinen Kommentar freuen. Die Erfahrungsberichte, die hier viele Zuschauer posten zu den Videos, finde ich immer am interessantesten und sind auch für andere Zuschauer doch immer hochinteressant, weil, wie gesagt, ganz praktisch etwas zu machen, ist komplett anders, als sich theoretisch damit zu beschäftigen. Das heißt, wenn du jetzt hier etwas zu diesem Land zu sagen hast, wenn du das Land kennst, wenn du vielleicht aus diesem Land stammst, wenn du dort bestimmte Vorteile siehst, dann lade ich dich ein, kommentiere hier, lass uns wissen, was zu dem Land gut ist oder auch, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, lass es uns wissen. Es hilft der Community enorm, wenn du deine persönlichen, konkreten Erfahrungen hier postest. Das bringt hier jedem was, der sich für dieses Land interessiert. Fangen wir an. Andorra, es ist ein kleiner Staat, 80.000 Einwohner, liegt in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien. Du kannst nach Andorra übersiedeln über eine Firmengründung oder indem du eine Immobilie erwerbst oder auch dorthin entsendet wirst. Man unterscheidet zwischen aktiver und passiver Residenz. Aktive Residenz ist zum Beispiel, wenn du dort tatsächlich lebst, eine Firma hast, eine Anstellung hast, dann musst du dich 183 Tage dort aufhalten, um den Aufenthaltstitel nicht zu verlieren. Hast du eine passive Residenz, zum Beispiel bei einer Immobilie, dann sind es nur 90 Tage. Steuern haben wir hier 0 bis 10 Prozent, kann also sehr attraktiv sein. Zwei Stunden mit dem Auto nach Barcelona. Armenien, ein Land, was zwischen Asien und Europa liegt. Du kannst hier relativ einfach über eine Firmengründung einen Aufenthaltstitel erlangen. Der ist zunächst mal ein Jahr gültig, danach zwei Jahre und kann dann alle zwei Jahre erneuert werden. Interessant ist, dass es hier keine Anwesenheitspflicht für dieses Aufenthaltsrecht gibt. Du kannst das auch aus dem Ausland letztlich erneuern online. Einkommensteuer sind normal 22 Prozent, aber auf Dividenden gelten 5 Prozent. Kapitalerträge sind vielfach steuerfrei. Aserbaidschan, ein interessantes Land, ebenfalls zwischen Europa und Asien gelegen. Zum Teil Europa, zum Teil Asien. Firmengründung oder den Kauf einer Immobilie bei 60.000 Euro gewähren dir einen Aufenthaltstitel. Die Steuern liegen im Schnitt bei 14 Prozent. Es gibt auch andere steuerliche Vorteile, kann sehr interessant sein. Bosnien und Herzegowina. Hier hast du über eine Firmengründung ebenfalls das Aufenthaltsrecht. Es gibt eine Pauschalsteuer, wie in vielen anderen osteuropäischen Ländern von 10 Prozent, kann also attraktiv sein. Das nächste Land in unserer Liste, Georgien. Ebenfalls für viele Mandanten sehr attraktiv, sehr einfach sich dort niederzulassen. Ein Visum brauchst du im Grunde gar nicht. Du kannst dort visumsfrei 12 Monate leben. Willst du einen Aufenthaltstitel haben, kannst du dort entweder investieren in ein Unternehmen oder in eine Immobilie. Ungefähr 100.000 Dollar müssen das sein. Ein sehr günstiges Steuersystem. Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Freiberufler bis zu einem Umsatz von ungefähr 150.000 US-Dollar zahlen 1 Prozent Steuer auf den Umsatz. Wenigstens in manchen Branchen. Auch interessant eine Spezialregelung für IT-Unternehmen, wo man ungefähr 5 Prozent Steuern bezahlt. Das nächste Land auf unserer Liste oder ich sollte besser sagen, Gebiet ist Gibraltar. Ein britisches Überseegebiet an der Spitze Südspaniens. Hier musst du lediglich ungefähr 2,5 Millionen Euro Vermögen nachweisen und eine Wohnung mieten. Dann erhältst du das Aufenthaltsrecht. Du zahlst eine Pauschalsteuer zwischen 35.000 Euro und 40.000 Euro pro Jahr. Damit ist alles abgegolten. Bedenke natürlich, Gibraltar ist wahnsinnig klein. Ungefähr dreimal so groß wie Monaco. Das muss man natürlich schon hier auch wollen, in einem so kleinen Gebiet zu leben. Guernsey, Jersey und die Isle of Man möchte ich jetzt mal hier zusammenfassen. Das sind zwar drei unterschiedliche, unabhängige britische Gebiete. Jersey und Guernsey sind ja im English Channel, im englischen Kanal zwischen Frankreich und England. Im Grunde näher an Frankreich als an England. Die Isle of Man ist in der irischen See zwischen Irland und UK. Alle drei haben sehr ähnliche Einwanderungsregeln für High Net Worth Individuals. Da muss man also zunächst mal etwas investieren, möglicherweise in Property, also in Immobilien oder aber in ein Unternehmen. Wir sprechen zum Teil von ziemlich hohen Beträgen. Die sind dann pro Insel unterschiedlich. Also zum Beispiel in Jersey muss man eine Immobilie im Wert von 1,75 Millionen Pfund kaufen oder mieten. In Guernsey muss man 200.000 Pfund in ein Unternehmen investieren oder 750.000 in eine Immobilie. Und auch die steuerlichen Anforderungen sind so in etwa in allen drei Inseln die gleichen. Man muss also zum Beispiel in Jersey mindestens 250.000 Pfund an Steuern bezahlen. Auf der Isle of Man zum Beispiel muss man 200.000 Steuern bezahlen. Aber damit hat es sich dann auch, dass eine Art Pauschalsteuer und Guernsey gelten ähnliche Regeln. Hier ist also die Einwanderung durchaus komplex und für die meisten wahrscheinlich kommen diese Inseln tatsächlich nicht in Frage. Wer allerdings schon heute hier im UK leben darf und zum Beispiel den EU-Presettled oder Settled Status im UK hat, der darf auch auf diese Inseln umziehen. Für so jemand wäre es möglicherweise interessant. Wie gesagt, es gibt dort keinen Non-Dom-Status. Man muss dort auf jeden Fall Steuern auf sein weltweites Einkommen bezahlen. Aber wie ich gerade eben schon gesagt habe, man zahlt letztlich eine Pauschalsteuer oder sollen wir besser sagen, eine Maximalsteuer über einen bestimmten Betrag, der nicht sehr niedrig ist, muss man sagen. Ich habe ja gerade eben gesagt, Isle of Man zum Beispiel, 200.000 in anderen Inseln sind es ähnliche Beträge. Also das muss man sich anschauen, ob das für eine Frage kommt tatsächlich oder nicht. Nächstes Land, Kosovo, auch hier interessant, über die Unternehmensgründung bekommt man einen Aufenthaltstitel. Zehn Prozent Steuern sind hier zu bezahlen, also nicht sehr viel. Nächstes Land ist Lichtenstein. Lichtenstein, eins der schwersten Länder, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Hier gibt es vielleicht so um die 100 Personen, die jährlich hier einen Aufenthalt bekommen. Zum einen gibt es eine Lotterie. Ja, tatsächlich, du kannst an einer Lotterie teilnehmen, fast so wie die Greencard-Lotterie in den USA. Und dann kannst du auch zum Beispiel hier durch die Innovationsförderung ein Visum, einen Aufenthaltstitel bekommen. Wir haben Mandanten, die haben zum Beispiel ein innovatives Gebäudekonzept hier vorgestellt. Und sie haben dann ein solches Innovationsvisum bekommen. Hier liegen die Steuern so je nachdem zwischen 2,5 und 22,4 Prozent. Und dann natürlich auch wieder günstige Unternehmenssteuern etc. pp. Und es ist natürlich deutschsprachig. Das nächste Land auf unserer Liste der europäischen Nicht-EU-Länder. Hier haben wir Moldau oder Moldawien. Moldau ist steuerlich interessant. 12 Prozent Steuern auf inländische Einkünfte, Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Über eine Firmengründung und eine Investition in diese Firma bekommst du den Aufenthaltstitel. Hier natürlich die Sicherheitslage momentan angespannt. Aufgrund des Krieges zwischen der Ukraine und Russland muss man sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Monaco, der Inbegriff der Steueroase, hier an der französischen Côte d'Azur gelegen. Ein winziger Staat, dennoch sehr attraktiv. Du bekommst dort einen Aufenthaltstitel, in dem du 500.000 Euro bei einer lokalen Bank deponierst. Du musst nur drei Monate im Jahr anwesend sein und hast überhaupt keine Steuern, die dort zu bezahlen sind. Nach wie vor natürlich sehr interessant, sehr teuer, aber kann vielleicht für dich interessant sein. Montenegro, ein Staat, der in den letzten Jahren hier sehr populär war bei deutschen Auswanderern. Ein wunderschönes Land, ehemals Jugoslawien, wunderschön an der Küste gelegen, ein bisschen italienisch hier beeinflusst. Hier kannst du einen Aufenthaltstitel bekommen, entweder über eine Investition in eine Immobilie oder aber eine Unternehmensgründung. Die Körperschaftssteuer ist relativ gering mit 9 bis 15 Prozent. Die Einkommenssteuer ist auch gering mit 9 bis 15 Prozent. Dann ist Montenegro auch so ein Land, wo man nicht groß fragt danach, welche ausländischen Einkünfte du hast. Tatsächlich sagen mir Mandanten, dass man ausländische Einkünfte gar nicht auf der Steuererklärung angeben kann. Diese Information aber ohne Gewehr. Kommen wir zu Nordzypern. Zypern ist ja eine geteilte Insel. Es gibt die Republik Zypern und eben den Norden von Zypern. Viele denken, dass Nordzypern nicht in der EU ist. Das ist falsch. Nordzypern ist in der EU. Die ganze Insel Zypern ist in der EU. Nur ist EU-Recht letztlich nicht in Kraft in Nordzypern. Aber wie gesagt, ganz Zypern ist in der EU. Dennoch haben wir es hier auf dieser Liste aufgeführt. Über eine Immobilie oder eben über den Nachweis anderer regelmäßiger Einkünfte aus dem Ausland bekommt man den Aufenthaltstitel. Die Einkommenssteuer ist mit 10 bis 37 Prozent nicht gerade niedrig. Allerdings hier eine ähnliche Situation wie in Montenegro. Die Steuerbehörden wollen hier tatsächlich Ausländer sehr gut behandeln und sagen ihnen, dass sie auf ausländische Einkünfte keine Steuern bezahlen müssen. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Aber bisher ist es tatsächlich ein Steuerparadies. Das nächste Land ist ein weiteres sehr kleines Land, San Marino, mitten in Italien. Wenn du dich hier niederlassen willst, dann musst du 150.000 Euro in ein Business investieren. Du zahlst dann nur 8 Prozent Steuern auf Einkünfte aus diesem Business. Allerdings musst du dich dort 270 Tage im Jahr aufhalten. Und tatsächlich ist San Marino wirklich ein winziges Land. Immerhin, es ist doch erheblich größer als Monaco. 30 Mal so groß ungefähr wie Monaco. Ungefähr 40 Quadratkilometer groß, aber dennoch natürlich ein sehr kleines Land. Das nächste Land ist die Insel Sarg. Das ist auch so eine Kanalinsel hier, die liegt bei Jersey und Guernsey. Eine kleine Insel, dort gibt es keine Autos. Wie man dort einen Aufenthaltstitel bekommt, ist mir momentan nicht klar. Wenn du in UK lebst und den Settled- oder Pre-Settled-Status hast, darfst du dort leben. Ansonsten weiß ich nicht, ob die ein Visa-Programm haben auf Sarg. Steuern gibt es de facto eigentlich fast keine. Du musst eine Steuer bezahlen auf den Mietwert deines Hauses. Das sind einige tausend Euro im Jahr. Es gibt keine Autos auf der Insel. 500 Einwohner hat sie insgesamt. Ein idyllisches Leben. Zum Arbeiten geht man dann auf die Insel Guernsey. Die ist gerade nebenan. Dort gibt es noch einen Finanzbezirk. Wichtige Finanzdienstleister befinden sich dort. Dort kann man auch eine Firma gründen zum Beispiel und dann eben auf Sarg idyllisch leben. Das nächste Land auf unserer Liste, die Schweiz. Das liebste Auswandererland für die Deutschen. Hier kann sich jeder EU-Bürger niederlassen, der nachweisen kann, dass er dem Schweizer Staat nicht auf der Tasche liegt. Sowohl Rentner, Selbstständige, Privatiers und natürlich auch Angestellte. Wenn du das zeigen kannst, kriegst du die B-Bewilligung für fünf Jahre. Die Einkommensteuer in der Schweiz richtet sich nach der Gemeinde und liegt zwischen 1% und 25% je nach Gemeinde und Höhe des Einkommens. Nächstes Land auf unserer Liste. Serbien könnte nicht anders sein als die Schweiz. Hier bekommst du einen Wohnsitz über Immobilie oder eben ein Business Investment. In Serbien kannst du mit Steuern von ungefähr 10 bis 20% rechnen. Ein schönes Land. Es gibt auch einen attraktiven Freiberuflerstatus, wo man nur einige hundert Euro im Grunde an Steuern und Abgaben zahlen muss. Bis zu einem gewissen Umsatz. Für viele, die also raus wollen aus der EU, ein interessantes Land. Das vorletzte Land auf unserer Liste ist die Türkei. Ein großes Land, ein wichtiges Land. Hier kannst du über Firmengründung oder Immobilienkauf eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Die Steuern in der Türkei sind unattraktiv hoch mit 25 bis 40%. Die Lebenshaltungskosten sind sehr günstig. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass die Türkei auch ein Land ist, wo es auf der Steuererklärung nur wenig Felder gibt und daher Auslandseinkünfte vielfach einfach gar nicht abgefragt werden. Interessantes Konzept. Wie gesagt, diese Angaben wie immer ohne Gewehr. Das letzte Land ist der United Kingdom, das Vereinigte Königreich. Ein Land, mit dem ja auch ich sehr viel zu tun hatte in den letzten 20 Jahren. Heute ist der UK nicht mehr in der EU. Es ist unheimlich schwierig, dort ein Visum zu bekommen. Außer eben, man hat eine Festanstellung, dann ist es eigentlich recht einfach. Die Steuern sind sehr hoch, 20 bis 45%. Allerdings in den ersten vier Jahren fallen auf ausländische Einkünfte keine Steuern an. Das kann also vielleicht sehr attraktiv sein für dich. Den Nondom-Status gibt es ja im UK leider nicht mehr. So, das war sie, unsere Liste mit 21 Ländern in Europa, aber außerhalb der EU. Was ist deine Meinung dazu? Hast du mit irgendeinem dieser Länder Erfahrung, vor allen Dingen mit den kleinen Ländern auf der Liste? Das würde mich sehr interessieren. Sark, San Marino, all diese Dinge. Wenn du dort einen Erfahrungsbericht hast, dann freue ich mich, wenn du hier einen Kommentar postest. Das freut uns und unsere Leser und Zuschauer natürlich sehr. Wenn du planst, ins Ausland umzuziehen und für dein Leben mehr Freiheit, weniger Steuern und weniger Staat willst, dann freue ich mich, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umzuziehen und sich steuerlich besser aufzustellen. Es würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei. Gehe zu handeln. Gehe zu handeln. Bis zum nächsten Mal.